Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Familie. Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und somit der wichtigste Baustein, unser Land zu gestalten. Die traditionelle Familie besteht aus Vater, Mutter und Kinder. Dabei sollten die Eltern der Familie auch unbedingt verheiratet sein, um den Kindern die notwendige Stabilität zu bieten. Nur durch die Ehe ist das Gestalten einer stabilen Familie möglich. Ohne eine eheliche Bindung fehlt die notwendige Verbindlichkeit, um Sicherheit zu gewährleisten. Ein Video zum Thema Ehe findest du oben unter dem i. Jetzt sieht man bedauerlicherweise, dass Ehen vermehrt geschieden werden. Das stellt die erwähnte Verbindlichkeit in Frage. Deshalb sollte im Rahmen einer jeden Ehe auch vereinbart werden, welche Rolle der Mann und welche Rolle die Frau übernimmt. Klare Rollenverteilung ist wichtig, um eine stabile Familie zu organisieren. Ob dabei das Kochen oder die Kindeserziehung vom Mann oder von der Frau übernommen wird, ist egal. Wichtig ist, dass jeder weiß, wer was zur Ehe beiträgt. Durch die Genderisierung werden Rollenverteilungen und somit die Stabilität der Familie zerstört. Neben der vereinbarten Rollenverteilung gibt es nämlich auch auf Biologie und Natur basierende Rollen. Das zeigt das Einkaufsverhalten im Unterschied. Wo Frauen das Shoppen begrüßen, sind Männer eher abgeneigt, sich überlang in Geschäften aufzuhalten. Natürlich biologisch ist der Mann nun mal der Jäger und die Frau der Sammler. Die Rollen sollten demnach auch der biologischen und somit natürlichen Neigung entsprechen. Wo Männer eher pragmatisch ihr Denken und ihre Handlungen organisieren, sind Frauen mehr auf soziale Mechanismen und Ethik orientiert. Ein Video zum Thema Gender findest du oben unter dem i. Um jedoch eine Familie stabil zu machen, muss sie auch gegründet werden. Zu einer gut funktionierenden Familie und dem Erhalt der Gesellschaft sind Kinder einer der wichtigsten Bestandteile einer Familie und somit wichtig für die Gesellschaft. Dieses auch, um der eigenen Vereinsamung im Alter vorzubeugen. Es ist schwer genug, mit dem Verlust eines liebenden Menschen zurechtzukommen. Ohne Kinder bleibt einer der Ehepartner im Alter einsam zurück, was den Verlust noch viel schwieriger macht. Jetzt scheint es Mode zu werden, dass sich Patchwork-Familien bilden. Durch das leichtsinnige Trennen und Scheiden von Ehen finden sich zerbrochene Familien zusammen. Dieses zu einem großen Teil ohne Eheschließung und ohne gemeinsame Kinder. Der weit verbreitete Mythos der bösen Stiefmutter ist jedoch immer noch in aller Munde und führt in vielen Fällen beim Versterben eines der Partner zu einem Zerbrechen der gebildeten Familienstruktur. Ohne gemeinsame Kinder und somit die Existenz von Halbgeschwistern verliert man oftmals seine halbe liebgewonnene Familie. Das zeigt, dass Kinder den Kitt der Familie darstellen. Es ist nicht klug, eine Wohngemeinschaft ohne Eheschließung und unverbindlich zu führen. Uneheliche Paare und unverheiratete Patchwork-Einheiten sind für jeden Beteiligten eher schädlich als nützlich. Die Beispiele zeigen, dass es wichtig ist, Familien zu fördern, zu unterstützen und finanziell zu entlasten. Dafür sollte jede deutsche Familie für jedes Kind ein Kinderbegrüßungsgeld von 20.000 Euro bekommen. Zudem ein monatliches Kindergeld, welches den finanziellen Aufwand für das Kind deckt. Kinder dürfen niemals ein Armutsrisiko darstellen. Durch ein Familiensplitting, welches das jetzige Ehegattensplitting ersetzen sollte, wären Familien steuerlich entlastet und hätten die Möglichkeit, auch die Altersvorsorge für die ganze Familie zu finanzieren. Ein Video zum Thema Soziales und Arbeit findest du oben unter dem i. Nicht zuletzt sollte die Grunderwerbssteuer für Familien im selbstgenutzten Eigentum entfallen. Kinder brauchen gerade in den ersten Jahren ihre Familie und keine staatlichen Institutionen wie Kitas für Kleinkinder. Der Kindergarten ist wichtig ab dem dritten Lebensjahr. Davor sollten Kinder in den Händen und der Fürsorge der eigenen Eltern bleiben. Genau wie das Bildungswesen sollten auch Kindertagesstätten für die Familien keine Kosten verursachen. Um Kinder richtig zu fördern, würde ich ein Kindergartenpflichtjahr begrüßen, auch um die sprachlichen Fertigkeiten vor der Einschulung sicherzustellen. Ein Video zum Thema Schule und Bildung findest du oben unter dem i. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.